Das klingt schon etwas überzeugter. Habe ich gesagt? Ruhe! Schwing! Okay, meine Damen und Herren, jetzt brauche ich noch irgendwie so ein Black-Drum-Ding, wie wir total nicht ausgestattet hätten. Okay, fertig machen zum Ausflippen, bitte. Hände, die gehen, wollen keine Tränen sehen. Sie wollen, dass wir Augen auf unsere Gläser leben. Wir stufen an, auf die Koffe, wir uns verlassen an. Und wir wollen, dass wir Augen auf unsere Gläser leben. Zusammen haben wir gespielt, zusammen haben wir gelacht. Zusammen haben wir die Welt auf dem Kopf gespielt. Vermischt den Kuss, warst du das frei? Und lachtest wieder an, was du sauernd hast. Du hättest doch das weg, du bist immer noch genug. Komm schon! Du bist du vor, wie du dich bist, wenn die Welt geschätzt wird. Wenn du dich nicht mehr überfühst, wenn du dich nicht mehr überfühst. Und dann dich doch weiter, wenn du dich nicht mehr überfühst. Und dann dich doch weiter, wenn du dich nicht mehr überfühst. Und dann dich doch weiter, wenn du dich nicht mehr überfühst. Und dann dich doch wieder gegen die Hände. Die Wolken, die Geschenk sind, sie wollen, dass wir uns noch ein Grund dessen leben. Wir wussten alle, auch im Wunsch, wir uns allein und denken heute schon auch wiedersehen. Die anderen zauern, ich tue mich, ich weiß nicht, ob immer dein Gesicht belastet und es nie war, wenn es jetzt ist. Ich wünsch dir laut, wo du jetzt bist, alles Gute und dann geh ich meine Wege und ich denk stets daran. Wenn meine Zeit gekommen ist, ich denk nicht wieder, mag der Spitz ja alles, wenn du mir die Hände fliegen. Wenn du jetzt keinen Wettbewerb sind, aber das wird nicht so doll wüllen. Wenn wir uns noch ein Grund dessen leben, wie wir uns noch ein Grund dessen leben. Wir denken nicht so doll, dass wir uns wiedersehen. Freunde, wir brauchen eine ganz kurze Pause hier, genau. Wir brauchen das halt für uns, und deswegen. Alles, und wir bräuchten doch mal einen Sonny, glaube ich, ja? Okay, meine Damen und Herren, bitte schnappt euch mal den Mann. Und dann, jemand mit Funkreffer vom FVH, da hat sich einer ganz viel am Fuß verletzt, sich flammt auf den FVH, und er blutet. Wäre schön, wenn man den kurz versorgen würde. Thomas, kannst du nicht kurz, du bist jetzt schon unterwegs, wunderbar. Ich glaube, der letzte kommt. Meine Damen, müssen wir ein bisschen aufpassen, komm. Okay, seid ihr bereit? Okay, so. Wir wünschen Ihnen jetzt gute Besserung, Freunde. Und dann will ich die Hände oben sehen. Ja, Mann. Und Gas. Aber schon was tun, Freunde, die wählen! Denn wie die gehen Wollen keine Tränen sehen, sie wollen, dass wir Arm in Arm unsere Gläser heben. Wir stoßen an, auf die Toten, die uns verlassen haben. Und trinken heute schon auf Wiedersehen. Wir stoßen an, auf die Toten, die uns verlassen haben. und den heute so sehen Ein bisschen Pettkopf zum Abend.